Hallo Freundinnen, hallo Freunde, voll geil, dass so viele Leute ihren Arsch hochgekriegt haben, heute hier zu einer Veranstaltung der Kampagne Gewalt gegen Rechts. Es wird Zeit, dass die Menschen in diesem Land Gesicht zeigen gegen diese Nazi-Schweine, die nichts besseres im Sinn haben, als sich mit Alkohol den Kopf abzuschrauben, um anschließend auf Menschenjagd zu gehen. Es wird Zeit, dass ein Ruck durch die Gesellschaft geht und dass der Staat diese Zombies aus den braunen Kloatten die völlige Härte des Gesetzes spüren lässt. Es wird Zeit, dass ein anständigen Aufstand gibt, eine Revolte hat. Ich selber hab schon lange die Nase voll und häng stattdessen viel lieber mit Maria Johanna und dem Establishment, mit Maria Krohn und den ganzen Politbonzen im Rutgers Club auf Jamaika rum. Andere tun das nicht. Die finden nicht nur diese Zombies aus den braunen Kloakenscheißen, sondern diese Gesellschaft, wie sie ist. Naja, egal. Jetzt hab ich nen Fahnen verloren, ich weiß auch gar nicht, was ich hier sagen wollte. Auf jeden Fall kommen jetzt ein paar Tipps von Anarchist Traveling Circus, Leute. Und ich hoffe, ihr habt voll geil Spaß dabei, ein bisschen Party haben. Leute, haut rein. Und ich hoffe, ihr habt ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt.